So sehen sie aus, die neue Wohnraumerfüllerin und der Montagekünstler. Carolin und Nick sind zwei von 250 neuen Höfner-Azubis aus ganz Deutschland. Doch wie wird man eigentlich ein Höffi? Wir haben eine Zeit lang sehr viel zu Hause renoviert und dann bin ich sehr oft mit meinen Eltern auf Möbel aussuchen gefahren und dadurch, dass meine Eltern schon sehr lange Höfner-Kunden sind, waren wir auch ziemlich oft im Höfner und dann kam mal so der Vorschlag, wie wäre es denn, wenn du dich hier bewirbst und dann habe ich mir das so ein bisschen angeguckt und dann hat es eigentlich ganz gut gefasst. Nick fiel die Berufswahl zuerst schwer. Er fand einen anderen Weg. Ich bin zu Höfner gekommen durch die Bundesagentur für Arbeit. Dadurch, dass ich kaum andere Ausbildung gefunden habe, aber dann habe ich mich einfach entschieden, machst du das? Wird schon bestimmt Spaß machen, bisher macht es Spaß, selbst die Kennenlernfahrt. Aus ganz Deutschland kamen die Neuhöffis in die Zentrale nach Berlin und wurden begrüßt. Ein Mega-Event von Azubis für Azubis. Die Azubi Welcome Days 2018 und die begann mit einer liebevollen Bühnenshow. Ich darf den Auszubildenden unter Ihnen schon das erste Kompliment machen. Sie haben einen der wertvollen Ausbildungsplätze in unserem Unternehmen bekommen. Schön, dass Sie da sind. Eine Show, bei der alle Mauern fehlen. Wochenlang haben sich Auszubildende höherer Lehrjahre auf diese zwei Tage vorbereitet. Alle Standorte von Höfner haben hierfür zusammengearbeitet. Sie haben geprobt, sie haben geschwitzt und sie sind über sich hinaus gewachsen. Die Highlights waren ein lustiges Rollenspiel über die Geschichte von Möbel Höfner und ein kleiner Vortrag mit ersten Tipps zum Start in die Ausbildung. Bei der Verabschiedung macht es immer einen sehr guten Eindruck, dem Kunden beim Namen zu nennen und ihm die Hand zu geben. Ihr werdet merken, wie es euch die ersten Tage und auch später das Berufsleben erleichtern wird. Damit verbunden ist ein guter Ruf. Ich habe einen super geilen Beruf gelernt und freue mich auf die Zukunft bei Höfi. Die Show traf das Publikum. Die Mühe hatte sich gelohnt. Auf dieses Event konnten die Macher nur stolz sein. Hi, wie geht's? Grüße von euren Mitazubis aus Leipzig. Mit welcher Leidenschaft die da rangehen und wie sie auch das möchten, dass die zukünftigen Azubis hier bei uns richtig ankommen und keine Angst mehr empfinden, nicht mehr so viel Angst und vom ersten Tag an durchstarten und viel, viel Spaß haben. Aufhaut die Arbeit! Schaffe! Und der erste Tag ging dann auch zügig los. Mit einem strammen Zeitplan im Rücken erhielten die Azubis in sechs Stationen einen Einblick in die verschiedenen Abteilungen des Unternehmens. Und jetzt einfach mal alle lächeln bitte! Eine kleine Reise durch die Höfi-Welt. Von der Warenlieferung und Warenlagerung, der Werkstatt über die Produktionsentwicklung und den Einkauf bis ins Online-Marketing. Laut und sehr hoch. Besser kann man das Hochregallager nicht beschreiben. 27.000 Stellplätze auf 9.500 Quadratmetern in einer Höhe von bis zu 17 Metern. Eine beeindruckende Aussicht. Caro und Nick im Selfie-Fieber. Ich habe zwar schon drei Tage Praktikum gemacht, aber so hätte ich es mir nicht vorgestellt. Niemals, ne. Wie schraubt man eigentlich einen Stuhl von Höfner zusammen? Nicht so einfach wie es aussieht. Okay, halt gut. Dieses Training kann nicht schaden, wenn man später dem Kunden mehr über das Produkt erzählen und es vor allen Dingen auch verkaufen möchte. Weil Kunden haben ja immer mal wieder so komische Fragen. Und da muss man die auch irgendwie beantworten können. Diese gestylten Nägel werden also in Zukunft noch öfter mit dem Akkuschrauber in Berührung kommen. Aber kein Problem für einen echten Höfi. Wenn hier Fehler passieren, ist nicht so schlimm. Beim Kunden schon. Deswegen üben wir es hier. Worldwide what? Auch wenn den meisten Instagram und Snapchat ein Begriff waren, staunten die Azubis nicht schlecht, was alles hinter dem Webauftritt von Höfner mit Online-Shop hängt. Dass das wirklich so krass ausgeweitet ist, also dass die hier für jeden kleinen Bereich, sag ich mal so, extra Leute haben, die sich so darum kümmern, das hätte ich nicht gedacht. Zum Abschluss gab es für jeden noch ein Porträtbild im hauseigenen Fotostudio. Und natürlich das Gruppenbild mit allen Beteiligten. Mit Sicherheit eine tolle Erinnerung für den Start bei Höfner. Es hat Spaß gemacht, es war sehr interessant, war auch ab und zu mal vielleicht ein bisschen lustig, bin ich ehrlich. Das war echt cool. Das ist schon ein Erlebnis, was die jungen Auszubildenden nicht vergessen werden. Man fühlt sich ein Teil so als Familie zu Höfner. Ich bin echt froh, dass ich die Ausbildung, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, die zu machen. Caroline, Nick und die anderen Azubis dürfen sich nun ganz offiziell Höfis nennen und starten jetzt für drei Jahre in einer aufregenden Zeit. Und wie das bei mir ist fertilisieren! Und wie hoffe ich Untertitelung des ZDF, 2020